Ihre nächsten Anschlüsse RB 38 nach Bettburg-Erft über Horen, Abfahrt 13.29 Uhr, von Gleis 7, RE 5 nach Sechten über Brühl, Abfahrt 13.32 Uhr, von Gleis 9, RB 27 nach Mönchengladbach, Hauptbahnhof über Rommerskirchen, Abfahrt 13.25 Uhr, heute ca. 10 Minuten später, von Gleis 9 und ICE 300, 14 nach Brüssel-Suit, Brüssel-Lieb, über Aachen, Abfahrt 13.42 Uhr, von Gleis 6.